Hallo und herzlich willkommen zu Steintastisch. Mein Name ist Michael, das ist die Minifigurenfolge 23 und die Folge auf die wir alle gewartet haben, nämlich die von Percival Graves alias Grindelwald. Ja und das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfiguren aus dem kompletten Harry Potter Universum, da sie die interessanteste Geschichte hat und in dieser Review bzw. dieser Minifigurenfolge kommen auch etliche Spoiler zu Fantastische Tierwesen und auch zum zukünftigen Grindelwalds Verbrechen vor. Also wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, dann schaut ihr die Folge am besten erst danach. Ja, Percival Graves erhaltet ihr aktuell aus der Harry Potter Minifiguren Serie, eigentlich zu einem Preis von 3,99. Er ist jedoch nur einmal in einer kompletten Displaybox enthalten und deshalb geht der Preis aktuell bei Sammlern von 20 bis 25 Euro aufwärts. Er wird mit der Zeit jedoch hoffentlich Fall wie bei den Polizisten aus der vorherigen Serie, aber Percival ist trotzdem die seltenste Figur der kompletten Harry Potter Minifiguren Serie. Wie gesagt, er ist nur einmal enthalten, kleiner Tipp am Rande ist jedoch in der linken Spalte einer Displaybox die dritte oder vierte Figur von hinten. Also zu 99% war er eine der zwei Figuren, ansonsten ist er eins weiter vorne, soviel ich gehört habe. Aber bei mir war er immer Displaybox, wenn ihr eine frische habt, aufmachen. Links hinten die dritte oder die vierte Figur ist Percival Graves alias Grindelwald. Wir halten Percival Graves in einem wunderschönen schwarzen Anzug mit Rot an den Seiten, einen schwarzen Jackett darunter, einen weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte, einen dunkelblauen Schalen. Sogar die Ärmel sind betrugt, was urcool ausschaut. Die Beine, da geht der Mantel weiter, sehen auch sehr ordentlich aus. Und das Gesicht von Percival Graves alias Grindelwald oder Johnny Depp, von dem er im Film verkörpert wird, ist sehr gut gelungen. Natürlich auch die Haare mit oben den schwarzen und unten schon diesen grauen Haaren haben sie sehr gut gemacht. Er hat einen beigen Zauberstab, der aus der Älterstab ist, eines der drei Heiligtümer des Todes und ist natürlich auch hinten betrugt, weil er die coolste Figur des Displays ist. Ja, hinten der Mantel und ein Teil des Schals. Percival Graves hat ein zweites Gesicht, nämlich der alte Grindelwald und ein zweites Haarteil dabei. Und hier erhalten wir den Grindelwald in seiner alten Form mit komplett weißen Haaren, einem weißen Schnauzer und einem hohen Wangenknochen. Das wird hier auch angedeutet und seinen tiefen Blick. Grindelwald finde ich die interessanteste Figur im kompletten Harry Potter Universum. Der Zauberer Percival Graves ist in den 1920er Jahren Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung des Magischen Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika, kurz die MACUSA. Er entstammt einer einflussreichen amerikanischen Zaubererfamilie, welche auf Gondulfus Graves in den 1960er Jahren seinerseits der erste Auroren der MACUSA zurückgeht. In den 1690er Jahren, sorry, nicht in den 1960er Jahren. Im Dezember 1926 nimmt der Schwarzmagier Gellert Grindelwald mittels komplizierter Verwandlungsmagie Graves Gestalt an und infiltrierte die MACUSA, konnte jedoch von Newt's Commander enttarnt und festgenommen werden. Was mit dem echten Percival Graves geschehen ist, ist unbekannt. Ja, das war es einmal zu Percival Graves. Und jetzt kommen wir zu der interessanteren Figur, wie ich finde, nämlich Gellert Grindelwald. Und wie gesagt, absolut, absolut ganz viele Spoiler. Ich lasse ihn mal so hier stehen, dass ihr ihn besser sehen könnt, mit dem Älterstaub, dass er gut zu sehen ist. Der große, schlanke Zauberer Gellert Grindelwald, geboren, 1883, gestorben, 1998, sah als Jugendlicher mit seinen schulterlangen goldenen Locken sehr attraktiv aus. Gellert Grindelwald wurde 1883 geboren und besuchte die Dörmstrang Zauberschule, die für schwarze Magie bekannt ist. Doch selbst an dieser Schule, wo man es mit dem Verbot der dunklen Künste nicht so genau nimmt, konnte man Gellerts Experimente, die fast einen Mitschüler töteten, nicht ignorieren. Und er wurde mit 16 Jahren eben jener Schule verwiesen. Er war schon damals eine intelligente, charmante und gewinnende Persönlichkeit. Er interessierte sich schon früh für magische Artefakte und wurde so auch auf die Heiligtümer des Todes aufmerksam. Er war so fanat in sie, dass er ihr Zeichen zu seinem eigenen Emblem machte und es in die Mauer des Dörmstrang Instituts ritzte und magisch versiegelte, damit es nicht entfernt werden konnte. Gellert vertiefte seine Nachforschungen über die Heiligtümer des Todes. Er fand heraus, dass der Älterstab bei dem Zauberstabmacher Mikhev Gregorovitsch war. Er lauerte ihm in seiner Werkstätte auf, überwältigte diesen und stahl den Älterstab von ihm. Warum er ihn nicht tötete, ist derweil nicht bekannt, da Mord eigentlich die gängigste Variante zur Eroberung des Stabes war. Er begann eine Armee aus Anhängern aufzubauen und terrorisierte die globale Zauberergemeinschaft. Er wurde zum gefürchtetsten Magier seiner Zeit. Der schwarze Magier war zuerst sehr eng mit Elvis Dumbledore befreundet. Diese Freundschaft endete er aber wegen verschiedener Interessen. In den 1920er Jahren geriet Gellert Grindelwald wegen seiner Verbrechen auch in die Schlagzeilen der amerikanischen Medien. So wurde im New York Ghost berichtet, dass die internationale Zauberergemeinschaft ihre Suche nach Gellert Grindelwald intensiviert hat. Als Newts Gemeinde in New York eintrifft, lest er ja die Zeitung und hier wird auch auf dem Titelblatt beschrieben, dass auch die MACUSA in Amerika Grindelwald hinter diversen Geschehnissen vermutet und auch hier die Suche intensiviert wird. Im Jahr 1945 besiegte Dumbledore ihn dann schließlich, also den jungen Grindelwald. Wir haben ja hier den älteren. Über Grindelwalds magische Fähigkeiten wird in diesem Zusammenhang bekannt, dass er ein Seer ist, ein überdurchschnittlich begabter Verwandler, da er sich ohne Probleme in Percival Grace verwandeln kann und ein Oklumentor. Dadurch, dass Dumbledore ihn besiegte, 1945 übernahm er auch den Älterstab von ihm und somit den mächtigsten Zauberstab, den es bis dahin gab. Gellert wurde nachher in das Gefängnis Nurmengard gesperrt, das er selbst gebaut hatte, als er seine Herrschaft begann und wurde 1998 von Voldemort getötet. Da war Gellert schon ein alter Mann, man sieht ihn kurz in den Harry Potter Filmen, jedoch in den Filmen verrät Grindelwald, Voldemort den Aufenthaltsort des Älterstabs. In Wirklichkeit widersagt er Voldemort und lacht ihn nur aus und sagt, er wird ihn niemals finden. Was Elvis Dumbledore noch einmal ein Lächeln auf die Lippen zaubert, anschließend tötet jedoch Voldemort Grindelwald in seiner eigenen Gefängniszelle. Das hier ist der Grindelwald natürlich aus dem Ende des Filmes Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, wo er auch schon älter ist, aber noch etliche Jahre zu leben hat und den Älterstab noch besitzt. Und Gellert Grindelwald, wie gesagt, für mich die interessanteste Figur des kompletten Harry Potter Universums. Ich freue mich irrsinnig auf die Filme, die was noch kommen werden, auf die vier Filme von Fantastische Tierwesen. Und ja, was meint ihr zu Gellert oder Percival? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und um keine Minifigurenfolgen mehr zu verpassen, abonniert den Kanal. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und fürs Zuhören. Dankeschön und weiterbauen.